hey was geht ab meine freunde und herzlich willkommen ich hoffe euch geht's gut und heute zeige ich euch den leichtesten gift card to friends deswegen wird es mit unserem mehr freund nehmt euch mal kurz die zeit haut immer sieben likes rein dankeschön für die unterstützung sonst einfach mal anfangen let's go der ist so einfach wieder wir brauchen wieder einen beschissenen freund dann sein auto wir selber brauchen er muss sie und dann drin muss ein fahrzeug sein was ihr opfern könnt geht auf die militärseite muss sie nummer drei lager für persönliches fahrzeug wir gehen jetzt rein holen das auto raus euch freuen steckt ein dass der controller leer super und macht gleich pause und zwar ist so der das fahrzeug bekommt macht auf fahrzeug zugang beifahrer ja sehr sehr wichtig und ihr das auto bekommt euch ein kollege macht auf jeder herr sehr sehr wichtig kollege pause gemacht wir fahren richtung er muss sie fall das nach rechts wir fahren stück zurück euch der kollege steigt euch ein wird jetzt michael travel frank aus egal wer wir steigen aus machen prinzip das kurz das gleiche wird ein charakter aus wieder raus und zwar ist hier was gepätscht worden ihr seht ja es wird nicht mal schwarz geht nach unten pause pause entfernen boom ja mega nice und jetzt fall das nach unten wieder wird ein charakter aus kreis und schnappt euch das auto das war es leider das war es schon wieder ich würde sagen haut rein bis dann und tschüss ah ja ihr müsst noch weg fahren dann habt ihr es auch so abgespeichert ich wünsche euch war es bis dann und tschüss geht es um ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020